Es war wieder einmal ein langer, heißer Sommer, an dem wir sehr viel an unserem Haus bauten. Die ganze Familie war eingebunden, um diesen Traum zu verwirklichen. Zum Ende des Sommers wurden wir schließlich fertig und hatten wieder Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Angeln. Mein erster Spiegler, wie geil. Wir haben gerade Abendbrot gemacht. Ich habe ein paar Überschnitte gefilmt, als Claire gekocht hat. Was soll ich sagen? Dann ist der abgelaufen hier. Was geht ab, Sally? Warum knabberst du an meinem Bett? Lass das! Was soll das? Was für ein wunderschöner Karpfen. Und das ist wirklich, was mich am angelnden Flüssen so begeistert. Ein unglaublicher, unglaublicher Barren aus spanischem Gold. Diese Spiegler in diesem Land sind einfach nicht von dieser Welt. Einer der Hauptgründe, warum ich hier nach Spanien gezogen bin. Was soll ich das gemacht haben? WTU 5G Bis zum nächsten Mal… Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau.